Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme äh wie heißt das Spiel nochmal? Guns of Icarus Online mit dem Dragon Manel P das bin ich jo wir freuen uns alle und ich sehe das ist das gleiche Level wie aus der ersten Aufnahme und das rechts und das rechts also ich wollte gerade sagen das rechts bei dieses Land sah aus wie so ein Hund erstmal als erforscher das hieven die Rotoren da ist noch ein Motor hat man hier auch wo ist denn der Gaser? das sind unsere anderen Kollegen ja ich bin der König der Welt ey da guck mich an oh oh da ist der nicht runter voll Enten 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 ich bin am Ende der Welt mein Mikro war mein Mikrofon war wieder aufs Stimme gestellt das ist Pflanzen Pflanzen was ist denn? ja das denn ach so cool aber wo sind die Gegner? Feinde wieso ist da überhaupt unten so ein Schiff? was macht das in der Antarktis? weiß ich nicht mal ob hier überhaupt in der Antarktis sind mein mein Geschütz nein gibt es auch andere Geschütze außer die was ist das denn? da ist einer Feind voraus oh lol das sind unsere Kollegen scheiße die können nix anderes schießen was sind das für welche? das sind einfache glaube ich zumindest Feuer nein nicht drehen die wollen uns rammen Feuer doch Feuer ich muss nachladen Feuer los ey das ist wirklich schon viel Vieh haben sind die kaputt ich sage erstmal die andere Munition nach da oben ist das andere Schiff ich kann das nicht schießen hallo was ist denn das? äh? ist das kaputt? wo ist das hin? da da schitz kann ich äh so die haben uns bombardiert boah Junge so jetzt ab zum hinteren noch heil der ist schon wieder kaputt hört auf uns haben zu schießen ja ich kriege es brennt ja 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 wie gesagt ich kenn das Spiel nicht hundertprozentig du arschkücher wir werden bombardiert da ist noch ein Gegner jetzt schieß los schieß Mongo lol oh 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 wir verlieren an Höhe oh die haben uns gerammt oh ja ja ich bin schon dabei ich bin schon dabei repariert wir jetzt erstmal aufweitern aber wir haben vor uns echt gut geschlagen würde ich sagen lass einen Kommentar da ja aber die müssen mich eigentlich verarschen oh 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 ah einfach breiter ich bin schon fast die anderen Motor nicht da ach deswegen gehen die Schelle kaputt unser 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 Schuttshell ist kaputt los reparieren ich geh wieder nach oben oi Hammer aber wir haben zwei Punkte sind wir überhaupt rot oder sind wir mal hier blau 10 9 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 13 so ist es nicht schon wieder kaputt ok und nichts kaputt was da los 4 ja so was voraus zwei Jäger ne, ein Jäger der Jäger wird schon mal bombardiert, der hinterher ist es ooooh ich bombe hier sie von oben scheiße oh wo 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 da ich hab mich schon die schaden warum ist eigentlich immer jeder der schutzschild immer kaputt was soll das der luftballon ist in der Mitte ist kaputt wir verlieren an Höhe ja zerstört nein 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 kaputt gehen so was reparier ich auch immer immer mit dem Hammer immer drauf hauen so so oder mutter ein bisschen ein Eimer das ist in unserem das ist das so los verbesser ich will ausschießen oh was ist Feuer jawohl ich hab's zerstört Feuerwerk Gegner ne Kollege so ist der Motor auch feil der ist auch feil der ist auch noch ganz der hintere Triebwerk ist noch ganz äh da unten Wetschhorus los, da unten, Kollege da, die verli- die verli- äh die fliehen so oder obere Triebwerke da etwas kaputt hier etwas verli- die flie- kann hier verlieren auch nix wenn ihr fragen habt über das spiel und ab oder allgemein über mich dann sagt schreibt was in die kommentaren zu sich jeden kommentar freuen bühnen und und sie war ein gleich auch noch holen Scheiße Kürt nach Kai Kai nachschauen nein alle törzliche Zeitpunkt ist besser als Null los kollega 3 Jahren damit dabei wenigstens unentschieden was ist das so wo ihr eingreiftet ist ein Friedhof ein Friedhof für alte Dinge ich weiß, deine Mitte ist ein Frack von Zerstörer, glaub ich Zerstörer Brücke was ist das? was ist das? da verfolgt mich was oh ich bin der König der Welt ich bin schon wieder vier Punkte ach die bewäschern schon alles so ich bin eigentlich die Grafie eigentlich gar nicht mal so schlecht beim Spiel ist das Feinde? ja, das sind Feinde oh man harte Beschutz nachladen 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 Feuer die Schwere kommt los ach das ist dieselbe ach wir sind beim japanischen Schiff reparieren 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 ach nicht reparieren los also reparieren los 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 ko 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 hoch unser Captain ist nicht dran ja jetzt werden wir hochfliegen oh der Unterricht ist kaputt ich nehme eine Abkürzung scheiße scheiße ey wir haben gewonnen ne Quatsch wir haben verloren hier sehe ich wieder im blauen Team haha naja danke dass ich würde sagen danke dass ihr reingeschaut habt ich würde mir freuen für ob ihr einen Daumen nach oben oder einen Daumen nach unten lasst einen Kommentar da ob ich das Spiel weiterspielen soll also auf mir macht es auf jeden Fall Spaß hoffe ich euch auch wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann tschüss ja das ist das ist